Wir kommen zum nächsten Kampf und es ist das zweite Halbfinale der Best of the West Tournament Serie. Drei Minuten, drei Minuten von Roy Time Rules. Ich rufe als erstes in die rote Ecke vom New Yorker Team Dojo in Queensland, Leo Maldai-Zulic! Die große Gegner in die blaue Ecke vom HR-Tortschirm aus den Niederlanden, Tobias Eineshofen! Ich darf euch alle Kämpfer vorstellen. Herr Rotenbeck ist 24 Jahre alt, 1,70 Meter groß. Er kommt vom Julio Maldi-Dojo aus Wörselen und sein Trainer ist Uwe Gömpfers. Er ist am Kinderdeutscher Meister in Moetai und am Ziel war er Europameister in der Person der KBF. Sein Kampfrekord, 49 Kämpfe, 41 Siege, der hat 16 durch Knockout, Leo Maldai-Zulic! In der Blaue Ecke, er ist 31 Jahre alt, 1,68 Meter groß. Er kommt vom HR-Tortschirm aus den Niederlanden und sein Trainer ist noch wies. Der KBF, sein Kampfrekord, 3,30 Kämpfe, 23 Siege, davon 6 durch Knockout, Tobias Eineshofen! Die Vrechte – 생각을 im Chat in dem Moment spreken von R stand für die Hoge Macht zu Recht, Ja, wirklich 성공! Der KBF! Der KBF! Der KBF! Der K og, der Kies brandstern. Der K За Cps! Das war's, das war's. Das war's, das war's. 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 Das war's.